Liebe Freunde, was für ein Jahr 2023, auf das wir zurückblicken. Eine leider abgewirtschaftete Regierung, die wirklich jede Weiche falsch gestellt hat, die es nur falsch zu stellen gibt. Diese Regierung entlässt uns in die Weihnachtszeit mit gemischten Gefühlen. Wir haben eine handfeste Vertrauenskrise. Über 80 Prozent wollen diese Regierung nicht mehr. Der Kanzler Olaf Scholz hat die schlechtesten Umfragewerte, nur 20 Prozent Zuspruch. Das ist historisch. Wir haben eine handfeste Migrationskrise. Wir haben weiterhin unkontrollierte, geöffnete Grenzen. Wir haben eine Sozialkrise. Menschen können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Es wird alles teurer. Wir haben Inflation. Und dieser Regierung fällt nichts anderes ein, als noch die Steuer auf Energie weiter zu erhöhen und auch die CO2-Abgabe. Ich halte das für verantwortungslos. Diese Liste ließe sich weiterführen, sehr lang, aber ich möchte es dabei belasten, weil wir es alle spüren, dass es uns an den Kragen geht, wenn diese Leute weiter wurschteln. Darum lasst uns verschnaufen. Lass uns die Weihnachtszeit genießen und nutzen, in uns zu kehren, zusammen mit unseren Familien, Freunden, Eltern, Verwandten, Kindern, Enkelkindern, uns auf das zu besinnen, was uns zusammenhält. Den Wert der Familie, unsere Tradition, unsere Werte, unsere Rituale. Die Weihnachtszeit ist auch immer eine Zeit der inneren Einkehr, die wir nutzen sollten. Denn sie sagt uns auch, dass das Wichtigste in unserem Leben ist, eine stabile, eine schöne Familie, einen schönen Familienzusammenhalt zu haben und die Familie und Freundschaften zu pflegen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann wünsche ich uns auch, dass das Wichtigste in unserem Leben ist,